Gib dich dem Leben hin, genieße das Leben und die Venusenergie hat sich mir gestern ganz klar beim Mischen gezeigt und deswegen auch heute zum Auftakt der Woche ein Video, denn wir sind heute in einer Art Abschluss vom Alten, also auch hier endet ein Zyklus und ich möchte nochmal auf den Neumond Stier hinweisen und dem Widder am astrologischen Firmament, die sich mit der Venus verbinden, die Venus als Regent vom Stier und dementsprechend wird sie das Ganze mit Liebe abrunden. Und hier das ganze Video auf YouTube, Clarissa, M.seite, Lichtwegimpulse, Atlantis. Gerne liken, abonnieren, kommentieren, teilen und wenn du magst, gerne wertschätzen. Die Engel sind mit uns. Ja, wir werden stark aktiviert durch die Polarlichter, Muttertag, der große Tag der Liebe, die Mutter, die die Liebe dem Kind schenkt, um eine neue Art von Saat für Mutter Erde auszusehen und dementsprechend die Liebe, die sich mit allem vereint, um auf eine höhere Bewusstseinsebene zu, ja, aufzusteigen, zu gelangen, was auch immer die Christusenergie am Dienstag, am 14.05. der Mai der Offenbarung, die 14.1 plus 4 ist 5. Diese Christusenergien werden uns auch nochmal stark in unserem Bewusstsein anrühren, aus dieser Barmherzigkeit heraus. Und da habe ich einige Karten auch hier schon mal gezogen. Lese es dir selber durch, lass es dir übersetzen durch Google oder whatever. Letzten Endes ist es so, erhebe dich, schaue hinaus, erhebe dich über all diese Barrieren und alles kommt zu dir. Alles Neues wird zu dir gelangen, letzten Endes. Und all things whatever you shall ask in prayer, also alles, was du im Gebet äußerst, believing, you shall receive, also glaube daran, du wirst es erhalten. Ja, die Engel sind ganz, ganz stark mit uns, eine starke Herzöffnung. Natürlich der Muttertag, symbolisch sage ich nochmal, das Fest der Liebe, das Fest des Gebärens. Und auch dementsprechend habe ich nochmal Karten gezogen von Rebecca Chambel und Daniel Noel. Das Leben genießen und da hat sich tatsächlich die Venusenergie zur Verfügung gestellt, eben in diese Freude, in dieses offene Herz zu gehen und Neues zu erleben. Und auch hier hat sich dann aus dem Kartendeck gezeigt, ja, die aktivierte Erde passend zum Stier im Neumond. Und es aktivieren sich alle Leylines, Habvertrauen, wohin du geführt wirst. Ja, der Stier bricht das Alte auf, dementsprechend darf das Neue kommen, genauso wie der Witter, der durchbricht diese Blockaden mit seiner Feuerkraft nochmal. Und Mutter Erde darf auch hier nicht unterschätzt werden. Auch sie bricht oftmals mit alten Strukturen durch Vulkan, durch Erdbeben, durch Stürme, sage ich mal, die Innererde, die dementsprechend, du wirst das überleben. Neue Lösungen und Anfänge werden sich uns jetzt auch stark zeigen in der Offenbarung im Mai. Also hab Geduld, immer wenn ein Tiefpunkt oder ich sage es mal, wenn ein Abschluss geschieht, heute die 13, dem Tod im Tarot zugeordnet, dem Skorpion. Wir hatten Vollmondskorpion, ich glaube im März oder so. Und dementsprechend kann sich dann auch Neues wieder mischen oder vermischen oder neue Partnerschaften können dementsprechend entstehen durch neue Begegnungen. 4 Minuten 44, ja die Engel sagen, ja auf jeden Fall, denn die Engel schwingen uns in eine höhere Ebene ein und wir werden ganz stark göttlich unterstützt. Das ist eine Karte aus Kyle Gray, Portalenergien. Die Sternenfamilien, also Vater Himmel, sage ich immer, astrologisches Sternenbild, Witter, du gehörst zu einem Verbund von Seelen, rufe Unterstützung herbei. Ja, und das ist ja auch letzten Endes das, was die Christusenergie uns mitteilt. Pray, also bete, belief, glaube und du wirst empfangen. Habe dieses Vertrauen. Genauso wie dieses Grundkorn, was man in die Erde gesät hat. Dinkel, glaube ich, war das, das Urkorn. Du sollst dich praktisch erheben. Du sollst, ne, so wie dieser große Berg, der ja auch mit uns spricht, ne, also remove dieses Hensch. Diese Blockaden, du die auslöschen, du die weg. Und das ist ja jetzt auch genau das, was der Witter macht. Und heute am 13. sind wir in dieser Transformationsenergie vollends drinnen. Morgen die Christusenergie in der 5.5. Ich meine, das kann man ja nicht auf den Tag festmachen, sondern das fließt ja miteinander über. Am 18. und 19. Portaltage. Also diese Woche ist ja bestrahlt sowieso durch die Portallichter, durch Muttertag, durch, 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 was wir alles erlebt haben letzte Woche, Neumond, Stier. Also alte Strukturen fallen jetzt vollends weg und werden in ein neues, höheres Bewusstsein angehoben für uns alle in der Offenbarung im Mai. Und der Witter bricht alte Mauern ein dementsprechend und die Venus unterstützt das mit einer ganz großen Portion an Liebe, die wir auch gestern schon, Grüße an die Mütter, erfahren haben. Ja, 24, 7, 365 Tage, für uns spielt der Tag keine Rolle, sondern wir geben, um zu empfangen. Und das ist auch das Prinzip der Schattenwelten. Das möchte ich noch kurz ansprechen, wer jetzt bis zum Schluss da geblieben ist. Die Schattenwelten haben sich mir gezeigt. Also es ist eine große Transformation, ein großer Aufbruch in völlig neue Gefilde. Jetzt angesagt im Achterjahr. Ich habe da auch schon Bilder gepostet. Also die Schattenwelten nähern auch die Lichtwelten. Das ist immer ein Yin und Yang, ein Geben, ein Empfangen. Beide Seiten nähren sich für das Höhere, für das große Ganze, Mutter Erde, Vater Himmel, Yin und Yang. Namaste, clear.